Es könnte gut werden. Hört sich gut an. Aber klar, doch! Hört sich gut an. Es könnte gut werden. Warte auf Befehle! Ihr Streitkräfte werden... Los geht's! Jetzt geht's rund! Aber klar, doch! Das könnte gut werden. Warte auf Befehle! Jetzt geht's rund! Wahnsinn! Jetzt geht's rund! Na, voll los, Commander! Aber klar, doch! Hört sich gut an! Aber klar, doch! Hört sich gut an! Hört sich gut an! Hört sich gut an! Hört sich gut an! Dann mal los, Commander! Hört sich gut an! Dann mal los, Commander! Was zum Geier haben die mit der Kommandozentrale gemacht? Egal, natürlich ist das jedenfalls nicht. Brennt sie nieder, Jungs! Ich empfange soeben eine neue Nachricht. Marshal Rayner! Sie und ihre Männer haben gegen geltendes Kolonierecht verstoßen, als sie eine lebenswichtige Installation der Konföderation zerstörten. Sie alle stehen ab sofort unter Arrest. Mein guter Rat. Legen Sie Ihre Waffen auf den Boden und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Seid ihr übergeschnappt? Wenn wir die verdammte Fabrik nicht abgefackelt hätten, wäre die gesamte Kolonie überrannt worden. Wenn ihr auf dem Weg hierher nicht so verdammt rumgetrödelt hättet. Ich hab's auf die nette Art versucht, Kleiner. Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu plaudern. Also weg mit den Waffen! Hab noch nie einen Konföderierten getroffen, der nicht ein absolutes Arschloch gewesen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, Sarge, warum müssen wir uns den Mist hier eigentlich dauernd anhören? Weil ich der Chef bin. Deshalb. Oh Mann, du redest wieder mal nur Schwachsinn heute. Und außerdem bist du sowieso nicht mein Boss. Hey, was ist denn das? Das wird unsere neue Kühler-Dingung. Voll erwischt. Hast du den Kühler von so einem armen Kerl erlegt, Sarge? Das ist ein Zerglin-Nester. Na, kleiner Zerg. Die würden sich nie so weit raustrauen, außer... Oh, scheiße. Ich liebe dich, Sarge. Hä? Ich liebe dich,- ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020